Es fordert mich wieder. Das heißt, los, gib mir eine Nuss. Das weiß ich jetzt schon. Ich sitze jetzt wieder auf dem Ast und wartet. Na, wie gesagt, na ja, aber das müsste doch jetzt schon längst satt sein. Ja, wo willst du denn jetzt hin? Ja, komm hoch. Ich setze die Fenster aufgemacht. Aha, das heißt jetzt wirklich kein Bock mehr. Na gut.